Es liegt sehr nahe, dass die große Politik, die Armeeführung und so weiter, die Schuld jemandem gibt, der sich nicht wehren kann. Das ist nach jedem Krieg so. Ein Land, eine Sprache, eine Kultur, auseinandergerissen durch einen blutigen Bürgerkrieg. Zwei Männer, beide Soldaten, die lange in derselben Armee gedient haben, werden durch die Politik zu Gegnern. Angeklagt als Kriegsverbrecher treffen sie in Den Haag wieder aufeinander. Das ist die Ausgangssituation vom neuen Roman Der Held von Karl Rühmann. Karl, du warst selber Soldat und kennst die Sprache und die Art und Denkweise der Offiziere wie der einfachen Soldaten. Diese beiden Männer, wo sind das für Charaktere? Ich würde sagen, harte Burschen, waren ihr Leben lang Soldaten, haben sehr weit gebracht in der ARB, haben einen Krieg geführt und sind jetzt Gefangene. Das sagt, glaube ich, einiges über sie. Beide sind etwa im gleichen Alter, so um die 60. Sie stecken in einer prekären Situation. Sie müssen sich in Den Haag am Internationalen Gerichtshof für ihre Taten verantworten. Man nimmt sie Kriegsverbrecher. Das ist eine sehr spezielle Konstellation, auf die man nicht so schnell kommt. Was war für dich der Anlass, diese Konstellation überhaupt zu kreieren? Zum einen habe ich einen persönlichen Bezug zu einem Bürgerkrieg. Dadurch, dass ich in einem Land gelebt habe, in dem es einen schlimmen Bürgerkrieg gegeben hat. Meine Eltern haben an der Frontlinie gewohnt. Meine Schulfreunde haben diesen Krieg geführt. Das ist das eine. Das andere ist dieser Widerspruch. Kriegsverbrecher oder Held. Das ist sehr nah beieinander. Das sind keine extreme Unterschiede. Das sind verwandte Begriffe. Und das hat mich fasziniert. Sie kommen ja beide aus der gleichen Armee und werden, wie gesagt, durch die Politik zu Gegnern. Kennen sich vielleicht sogar gut. Und plötzlich stehen sie vor Gericht. Jetzt lässt du zwischen diesen beiden Kriegsgegern, die sich bekämpft haben, bis aufs Blut, wie man so schön sagt, eine Freundschaft entstehen. Wo ist bestimmt jetzt diese Freundschaft zwischen den beiden? Die ist sehr logisch. Die sprechen dieselbe Sprache. Die haben ein sehr ähnliches Leben geführt. Sehen die Welt ähnlich. Es gibt eigentlich keinen Grund, dass sie nicht Freunde werden. Der einzige Grund ist, dass sie halt auf verschiedene Seiten kämpfen mussten. Aber das ist in der Welt der Soldaten eine Nuance. Aber wie echt ist denn dann der Begriff Freundschaft? Ich meine, die hätten ja ohne zu zögern sich gegenseitig umbraten. Ja, das ist das, was sie gelernt. Das ist ihr Handwerk. Aber so ein General ist einem gegnerischen General viel näher als seinem eigenen Anwalt. Ich würde sogar sagen, als seinem eigenen Bruder. Weil das die Welt ist, in der sie leben. Das ist eine in sich geschlossene Welt. Also es ist die Welt, die Sprache, das, was man von ihnen verlangt, ist das verbindende Element. Wären Sie denn auch in Friedenszeiten freundet worden? Ja, möglicherweise. Aber ein entscheidendes Element würde fehlen. Nämlich diese Schuld, Heldentum, Märtyrertum, das, was sie in Gefängnis zusammengebracht hat. Erste Risse bekommt diese sogenannte, nennen wir sie jetzt ruhig mal Freundschaft, durch die dritte Hauptfigur Anna. Sie ist die Witwe eines Soldaten, der für beide Offiziere eine wichtige Rolle im Krieg gespielt hat. Wofür steht jetzt diese Frau? Sozusagen für uns alle. Das ist ein Mensch, der in diesem Krieg sehr viel verloren hat. Und der sich nicht um die großen Worte wie Freiheit, Vaterland, Kampf kümmert. Und so geht es uns allen, die wir jemanden im Krieg verloren haben. Und ich weiß zum Beispiel, ich habe den Bürgerkrieg in Jugoslawien schon erwähnt. Und es gibt kaum jemanden, der in diesem Krieg nicht jemanden verloren hat. Du sagst, sie kümmert sich nicht um diesen Pathos, um diese Floskeln. Mit ihr tauchen vor allem dann eigentlich die Fragen nach Schuld in diesem ganzen Setting auf. Und eine Weile sieht es ja auch so aus, als würden beide Offiziere sie für ihre Zwecke manipulieren. Was ist Anna für eine Person? Eine Kämpferin. Auf ihre Art. Sie kämpft ohne Waffen, ohne große, wie du sagst, ohne dieses Pathos und so. Sie kämpft um die Wahrheit. Und letztlich ist es genau das, wofür wir alle auch kämpfen würden nach einem solchen Krieg. Wir wollen wissen, was passiert ist. Und das sagt uns niemand. Sie hat ja ein spezielles Interesse, das zu erfahren, weil die Politiker behaupten, ihr Mann sei ein Kriegsverbrecher gewesen, wo sie überhaupt nichts versteht von seinem Charakter. Sie will es auch nichts glauben. Und sie kann schon überhaupt nichts akzeptieren, dass er sich deswegen das Leben genommen haben soll. Das ist unglaublich raffiniert konstruiert und hat mich sehr beschäftigt. Wie erfindet man sowas? Es ist gar nicht so weit. Wenn es um dieses Thema geht. Was ich meine ist, es liegt sehr nahe, dass die große Politik, die Armeeführung und so weiter, die Schuld jemandem gibt, der sich nicht wehren kann. Das ist nach jedem Krieg so. Und Annas Mann ist tot, kann sich nicht wehren. Anna selbst ist nur eine einfache Frau, kann sich nicht wehren. Also dankbare Opfer. Du lässt er völlig offen. Hat er sich wirklich umgebracht? Wurde er umgebracht? Vielleicht kommen wir noch zu dieser Frage. Der General wird freigesprochen und als Helg gefeiert. Das ist auch eine sehr spannende Einstiegsszene. Er kommt zurück ins Land, aus den Haag. Der Oberst wird verurteilt. Und du zeigst, wie wenig eindeutig das Ganze eigentlich ist und wie selten einfach nur schwarz-weiß. Jetzt, wie viel ist davon dem Krieg geschuldet? Ja, die beiden Offiziere werden zu dem gemacht, was sie sind, Held, Märtyrer, durch den Krieg. Also sie sind nicht so frei, wie man vielleicht meinen könnte. Der General hat keine Wahl. Er wird zu einem Helden gemacht. Und das ist eben das Entscheidende. Ein Krieg braucht die Helden und vor allem die Nachkriegszeit braucht sie auch. Und somit sind die wie, man kann sagen, Marionetten eines Systems, der vom Heldentum und Märtyrertum lebt. Aber kannst du ein bisschen klarer noch vielleicht uns wissen lassen, was macht denn den einen zum Helden und den anderen zum Verbrecher? Ist es Zufall? Weißt du, wenn man so einen Krieg geführt hat, das Volk hat diesen Krieg mitgemacht. Und jetzt hat man gesiegt. Und es liegt alles in Trümmern. Das ist der eine Teil vom Volk? Das ist das gleiche Volk. Ja, aber es liegt alles im Trümmern. Und da fragt man sich, wozu überhaupt das Ganze? Warum ist mein Onkel gestorben? Warum ist meine Frau gestorben? Und die Frage lässt sich nicht beantworten. Es sei denn, das steht einer, der sagt, wir haben gewonnen. Ich an eurer Spitze und jetzt wird alles besser. Also so ein Held, der ist darum nötig, weil er dem Ganzen ein Gesicht gibt, dem Ganzen Sieg. Vielleicht sogar eine Legitimation? Ja, das braucht es. Das braucht es nach jedem Krieg. Es gibt keinen Krieg ohne Helden danach. Und wenn man verloren hat, dann gibt es Märtyrer. Jetzt haben aber beide Offiziere, sind felsenfest überzeugt, es arbeitet so sehr schön raus, in diesen extremen Umständen das Richtige getan zu haben. Wie viel Verantwortung tragen Sie eigentlich für dieses Schreckliche, was da auch passiert ist, persönlich? Und welchen Teil müsste die Politik ja vielleicht auch wir als Gesellschaft übernehmen? Ja, das Problem ist, und darum geht es mir auch in diesem Buch über weite Teile, dass die einen, die die Verantwortung ablehnen, sich auf das große Bild berufen. Das würdest du, das würde ich auch machen. Wenn ich sage, ich konnte nicht anders handeln, weil solche Zeiten waren. Die Fragen nach der persönlichen Schuld sind aber, die sucht man im Kleinen. Wer hat wen genau wann und wo erschossen? Diese Fragen meiden sie. Also mir geht es in diesem Buch vor allem darum, diesen Widerspruch aufzuzeigen. Wann ist es angebracht, von großen Zusammenhängen zu sprechen? Und wann müsste man eigentlich ins Detail gehen und gucken, was genau passiert ist? Und dafür steht, du hast es schon erwähnt, dafür steht meine Anna. Sie fragt nach den Details und kriegt nur große Worte auf den Tisch gelegt. Und das ist diese Unehrlichkeit der großen Politik. Also das heißt, wir brauchen einen neuen Heldenbegriff, weil dieser Wieser Held, der General, im Gegensatz zum Oberst, ist ein lauter, ein gemachter Held. Er ist kein Held von innen heraus, von seiner eigenen Überzeugung, von seinem Charakter her. Genau so ist es. Und wenn wir einen neuen Helden brauchen, dann können wir ihn vielleicht am ehesten in der Person von Anna finden. Sie ist eine Heldin. Der General symbolisiert etwas. Er ist überhaupt eigentlich, als Mensch ist er nicht so von Bedeutung für die Politik. Er ist ein Anstrich, den man braucht, um etwas zu übertöntchen, was sonst hässlich wäre. Dann lass mich so dich fragen, welche Art von Helden brauchen wir heutzutage? Wir brauchen die Helden, die den Mut haben, die richtigen Fragen zu stellen. Und in diesem Fall wäre das Anna und sehr bald auch der Miro. Miro ist die Generation, die jetzt die Fragen stellt? Miro ist jetzt noch klein, aber der wird sehr bald, in wenigen Jahren, wird er diese wesentlichen Fragen stellen. Und der wird sich damit nicht zufrieden geben, dass man ihm so Phrasen auftischt. Miro wird ein, könnte ein Held werden. Das tut Anna auch nicht. Sie gibt sich auch nicht damit zufrieden. Sie gibt nicht auf, ob sie allerdings wirklich die Wahrheit erfährt, wo es mit ihrem Mann geschehen ist. Und wer die Verantwortung für den Tod der Zivilisten zu tragen hat, das erfahren Sie im Roman Der Held von Karl Rühmann. Und wer die Verantwortung für den Tod der Zivilisten zu tragen hat, das ist ein Held der Zivilisten zu tragen.